ARD Text im Auftrag von Funk May the 4th be with you! Behind the scenes! Princess Leia! Hi! Ja, Lindas Bruder hat heute Geburtstag und deswegen machen wir eine kleine Star Wars mit ihr, weil ihr liebt Star Wars and it's May the 4th! Also, ja! Nora geht bald! So, steht bald! Nooo, zählt es bald! Hahahaha! 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 Das war zu spät! Hahahaha! 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 Du kannst es nicht! Weißt du nicht für Schauspieler sein! Von wegen! Pfff! 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 Das war geil! Das war geil! Scheiße! Fuck you! Fuck you! Hallo, junger Parabaran. Mir ist zu Ohren gekommen. Heute vor 24 Jahren. War ein großer Tag. Fuck! Scheiße, jetzt hat die Kamera gerade versorgt. Der hat gerade, als du dich umgedreht hast, komplett auf unscharf gestellt. Scheiße! Oh nein! Nein, du hast schon zu spät. Deswegen habe ich die Rede. Ich habe gehört, heute vor 24 Jahren, von ein großes Ereignis statt. Ein großer Held wurde geboren, der vielen Menschen Freude bereitet hat. Das wollen wir heute feiern. Leider bin ich im Universum. Kann ich bei dir sein. Liege in meinem Raumschiff umher. Aber in Gedanken bin ich ganz fest bei dir heute. Vermisse dich und bin froh, wenn ich dich bald wieder in meine Arme schließen kann. Hab einen schönen Tag und feiere dich. Ich sende meine Küsse raus zu dir auf die Erde und verabschiede mich.